Ihr kennt alle Filmabspäne. Bei einer vergleichbaren Produktion mit Das verrückteste Ende der Welt sind das circa hinter der Kamera 50 bis 80 Leute. Diese 50 bis 80 Leute sitzen jetzt hier. Aber trotzdem kann ich nicht gleichzeitig Kamera und Ton machen. Deshalb ist man angewiesen auf MFAs, Multiple Functional Assistance, die weitere 20 Leute dieser 50 bis 80 ersetzen. Und neben mir sitzt jetzt eine Legende im Bereich MFA, Helge Gessupan. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Führt mich gleich zu meiner Frage. Du weißt schon, was weißt du mit dabei? Warum tust du dir den Wahnsinn noch einmal an? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja, es ist eben schwierig, wirklich Leute zu finden, die die echte Arbeit beim Film machen. Und das ohne Geld, denn No-Budget-Produktion. Ihr kennt sicher alle Abspäne bei vergleichbaren Produktionen, was ist denn los? Es sind schwierige Worte. Ihr kennt alle Filmabspäne, wie viele Leute da drinnen stehen, bei einer vergleichbaren... Komm, ich will das vergleichbar.